Wir hatten uns beim letzten Mal angesehen, dass man ja eigentlich nicht nur einen Server möchte, sondern mehrere. Zum Beispiel für Load Balancing. Es kann aber auch durchaus Sinn machen, nicht nur Load Balancing zu betreiben, sondern einen Server auch einfach aufteilen zu wollen. Denn sagen wir mal so, eine einfache Webseite, wie zum Beispiel meine Coding Challenge Website, die braucht keinen vollen High End Server. Aber es macht auch keinen Sinn, irgendwie 50 Baby Server am Laufen zu haben, um das alles separat zu haben. Deswegen wollen wir heute über Virtualisierung sprechen. Server Virtualisierung ist ein großes Thema davon, aber es geht natürlich auch um eure privaten Rechner. Ihr könnt auch eure privaten Rechner komplett virtualisieren. Das bedeutet, grob gesagt, wir gehen gleich noch ein bisschen mehr ins Detail. Ihr habt eine Hardware, zum Beispiel euren physischen Rechner, den ihr zu Hause habt. Der hat, sagen wir mal, viel Leistung. Was ihr jetzt macht, ist, ihr habt eine VM, zum Beispiel eine Office VM, eine virtuelle Maschine, dafür steht VM, auf der ihr arbeiten könnt. Sowas wie zum Beispiel E-Mails checken, Dokumente ausfüllen. Dann habt ihr noch eine virtuelle Maschine, auf der könnt ihr zum Beispiel Code ausführen, Sachen ausführen, die vielleicht mehr Leistung brauchen. Und dann habt ihr eine letzte virtuelle Maschine, auf der macht ihr Gaming, zum Beispiel. Das sind nur Möglichkeiten. Ihr habt natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten. Vor allem aber im Bereich Server haben wir hier sehr, sehr viele sinnvolle Möglichkeiten auch, das aufzuteilen. Und zwar können wir hier zum Beispiel eine API verwenden, also eine API hosten. Zum Beispiel eine, ja, eine API, die einfach abgetrennt ist. Hier hosten wir das Frontend von unserer Software und hier hosten wir noch eine zweite API. Oder anderes Beispiel. Wir hosten hier einen Element-Server, hier eine Nextcloud und hier hosten wir einen WordPress-Server. Nur als Beispiel. Ihr könnt da so viel machen mit, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch mehr als nur drei virtuelle Maschinen haben. Ihr könnt so viele virtuelle Maschinen haben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch virtuelle Maschinen in virtuellen Maschinen haben. Und ja, auch das macht Sinn. Denn wenn ihr heutzutage einen Server mietet, bekommt ihr selten wirklich die Hardware gestellt. Ihr bekommt meistens eine virtuelle Maschine gestellt. Und darin könnt ihr das natürlich nochmal für euch so unterteilen, wie ihr das braucht. Und andere Kunden können das für sich auch nochmal so unterteilen. Okay, also warum macht man das Ganze? Es hört sich ja erstmal total bescheuert an. Und das habe ich hier uns mal ganz kurz aufgeschrieben. Zunächst einmal Server Consolidation heißt das Ganze. Statt 25 kleine Baby-Server zu haben oder 25 Raspberry Pis, die alle unabhängig voneinander laufen, habt ihr ein großes, starkes Gerät, was insgesamt vermutlich oder in den meisten Fällen einfach weniger Strom verbraucht. Insgesamt auch weniger von der Hardware kostet. Denn ja, schwächere Hardware ist natürlich immer günstiger. Aber stärkere Hardware ist nicht um ein Vielfaches teurer. Das heißt häufig zumindest, je nachdem wie Agius übertreibt natürlich. Das heißt insgesamt spart ihr dadurch Kosten. Außerdem habt ihr natürlich eine viel, viel einfachere physische Infrastruktur. Das bedeutet, ihr müsst nicht irgendwie 100 verschiedene Switches betreiben, die ihr über 100 verschiedene Server dann miteinander verbinden müsst. Was das Ganze natürlich einfacher zu verwalten macht. Vieles davon ist dann einfach nur noch eine virtuelle Verwaltung. Eine eigentlich softwaretechnische Verwaltung und muss nämlich nicht mehr in der Hardware gemacht werden. Das mit der günstigeren Hardware habe ich schon angesprochen, ist natürlich auch ein großes Argument. Und ihr seid sehr viel flexibler. Denn wenn ihr das Ganze wirklich als einzelnen Rechner habt, sagen wir einfach mal, ihr habt 25 Raspberry Pis, dann habt ihr 25 Raspberry Pis. Wenn aber jetzt, sagen wir mal, eine eurer Software so viel Leistung braucht wie drei Raspberry Pis und eine andere vielleicht nur eine halbe, dann ist das halt leider nicht so praktisch. Mit einer virtuellen Maschine kann man das genauso anpassen, wie man es möchte. Weil man sich einfach eine mit mehr Leistung macht und eine mit weniger. Wie gesagt, das bessere Management ist auch immer ein großes Thema, dadurch, dass ich natürlich auch beim Verwalten viel, viel einfacher das Ganze auch hin und her schieben kann und vielleicht auch einfach über Software komplett installieren kann und gar nicht mehr wirklich in den Serverraum rein muss. Und der größte Punkt für mich zumindest ist die Sicherheit. Das möchte ich nochmal ein bisschen genauer erläutern hier gerade. Denn nehmen wir an, ihr habt hier euren WordPress-Server, hier euren Nextcloud-Server und hier oben habt ihr einen Element-Server. Im Element-Server liegen sehr sensible Nachrichten. Wenn der jetzt gehackt werden würde von irgendeinem Angreifer, dann ist das eventuell damit verbunden, dass hier ein Trojaner dabei ist und der verändert dann hier irgendwas und dann kann jeder eure Nachrichten mitlesen. Nehmen wir einfach mal an, jemand kann dann eure Nachrichten mitlesen. In eurer Nextcloud liegen sehr sensible Dokumente. Auch da wäre es nicht so toll, wenn das jemand mitlesen könnte. Nehmen wir jetzt auch einfach mal an, dass da zum Beispiel eine Datenbank drin liegt, vielleicht noch, die man auch sehr gut mitlesen kann. Also wirklich Sachen, die man nicht öffentlich haben möchte. In eurem WordPress-Server hingegen, da ist es wahrscheinlich oder zumindest möglich, dass hier vielleicht mal eine Schwachstelle zustande kommt. Weil ihr vielleicht einfach nicht immer am Patchen seid und weil ihr vielleicht am Entwickeln seid und noch nicht an alles gedacht habt. Und dementsprechend ist hier eine Schwachstelle zu haben, nicht ganz so unwahrscheinlich. Bei den anderen beiden, die schon vielleicht in Production sind, die ihr regelmäßig benutzt, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger. Wenn jetzt hier aber auf diese WordPress-Maschine ein Hacker draufkommt, dann übernimmt er nicht automatisch die Hardware und alle anderen virtuellen Maschinen auch, sondern er übernimmt erstmal das hier. Und dann aus dieser virtuellen Maschine auszubrechen, das ist unfassbar schwer und geht in den allermeisten Fällen nicht. Dementsprechend Sicherheit ist natürlich dann extrem viel, viel besser, weil ihr eben nur noch einen Bruchteil angreifbar lasst und eben nicht mehr alles andere auch noch außenrum. Nachteile sind allerdings natürlich Risiko. Wir haben nur noch einen Rechner. Wenn der Rechner insgesamt ausfällt, dann fallen alle virtuellen Maschinen aus. Das heißt, ihr habt hier eventuell dann wirklich einen Komplettausfall, weil ihr, sagen wir mal, ein Kabel aus Versehen durchschneidet und die anderen halt alle an diesem einen Kabel hängen, weil es eigentlich nur virtuelle Maschinen sind. Ressourcen werden in Anführungsstrichen verschwendet. Damit meine ich, dass ihr natürlich für die Virtualisierung, also sprich für das Hosten dieser VMs, auch immer ein bisschen Leistung braucht, aber das ist mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, wie es mal war. Und dementsprechend lässt sich auch der Punkt so ein kleines bisschen vernachlässigen. Die Lizenzkosten kommen natürlich nur für euch in Frage, wenn ihr hier ein Windows habt, hier ein Windows habt und hier ein Windows habt, weil eben Windows, naja, jedes Mal, also in jeder Maschine bezahlt werden muss und möchte. Dementsprechend müsst ihr halt auch dafür dann blechen, je nachdem, was ihr damit macht. Oder falls ihr andere Systeme habt, die bezahlt werden müssen. Und es ist natürlich mehr softwareseitige Arbeit, mehr Verwaltungsaufwand, aber je nachdem kommt das auch wieder auf ungefähr gleich raus. Je nachdem, ob ihr eben dann sagt, hey, wir haben weniger Arbeit im Physischen und dafür mehr eben verwalten. Und das Verwalten eigentlich ist schneller meistens. Okay, lasst uns mal ganz kurz gucken, was für Typen von, naja, Virtualisierung es eigentlich gibt. Und dazu mal ganz kurz gesagt, eigentlich sieht das Ganze so aus. Eigentlich haben wir hier nicht unbedingt das, was ich da vorgezeigt habe, sondern wir haben diese Schicht mit dem Hypervisor noch dazwischen. Das Ding hier nennt sich eine sogenannte Bare Metal Architecture, beziehungsweise ein Type-1-Hypervisor oder Hypervisor. Und der ist direkt auf der Hardware drauf. Das heißt, da ist kein System, also kein Windows läuft dazwischen, sondern da läuft direkt einfach auf der Hardware die Verwaltung für die virtuellen Maschinen. Und die macht dann VM-1, VM-2, VM-3, VM-4 und so weiter und so fort. Und die virtuellen Maschinen haben jeweils noch ein Gastbetriebssystem. Das heißt, sowas wie ein Linux, ein Debian zum Beispiel auf der oberen Maschine, ein Ubuntu auf der Maschine, ein Sendois auf der Maschine, ein Windows auf der unteren Maschine und so weiter und so fort. Also je nachdem, wie viele ihr natürlich habt. Das ist eine Möglichkeit, dass ihr es quasi direkt auf dem Bare Metal macht, also direkt auf der Hardware das Ganze virtualisiert. Ihr könnt aber auch Typ-2-Virtualisierung machen. Und das ist das, was ihr wahrscheinlich schon viel, viel häufiger gemacht habt. Denn wahrscheinlich habt ihr auf eurem normalen Rechner, an dem ihr jetzt gerade vielleicht auch das Video guckt, oder halt eurem Desktop-Rechner, habt ihr vielleicht schon mal VirtualBox benutzt. Oder auch zum Beispiel VMware. Und naja, ihr habt ja durch VirtualBox bzw. VMware einen Hypervisor. Das ist genau das. Ihr habt auch die VMs schon eingerichtet. Die hatten alle ein Gastbetriebssystem. Aber ihr habt auch ein Hostbetriebssystem. Und das ist der Unterschied. Ihr habt euren VirtualBox oder eure VMware wahrscheinlich nicht auf Bare Metal gehabt. Ihr habt die ziemlich sicher auf eurem Betriebssystem gehabt. Sprich, es läuft ein Windows, es läuft ein Linux oder ein Mac bei euch auf dem Rechner. Das ist das Hostbetriebssystem. Das läuft schon auf der Hardware. Dann kommt der Hypervisor drauf mit VirtualBox oder VMware etc. Und darin haben wir dann die ganzen VMs. Und ja, das ist eben Typ 2 Hypervisor bzw. Hypervisor oder Hypervisor, wie ihr es auch immer aussprechen wollt. Und nennt sich Hosted Architecture. Und das ist eigentlich auch das, was die meisten dann am Ende auch haben werden. Wobei es auch gerade beim Server-Hosting immer mal wieder Bare Metal gibt. Und ja, dann lasst uns doch ganz kurz einen Blick drauf werfen. Was sind eigentlich so die Optionen, die wir haben? Wir haben, das habe ich schon mal ganz kurz angesprochen, VirtualBox und VMware. Die beiden haben wir auch schon benutzt hier bei mir. Für zum Beispiel eine Linux-virtuelle Maschine, die dann einfach läuft. Man kann natürlich aber auch von Microsoft Hyper-V verwenden. Oder eben die Red Hat Virtualization oder KVM. Das sind so die Dinger, die man eigentlich am meisten findet mittlerweile. Je nachdem, ob ihr eben im Server-Kontext seid. Aber es gibt noch sehr viel mehr. Also es gibt wirklich eine riesige Liste. Und ich habe hier auch wichtige weggelassen. Ich denke mir nur, dass ihr die vielleicht schon mal gehört habt. Und die vielleicht auch mal kennen solltet. Aber wir gucken uns die gerne auch nochmal im Detail an. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare. Ich möchte jetzt allerdings nochmal ganz kurz aufmerksam machen auf unseren Sponsor GetInIT. Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Und die waren auch schon letztes Mal dabei. Wir haben ja hier mehr oder weniger einige Videos eigentlich schon gehabt. Und es ist faszinierend. Ich habe gerade vor einer kurzen Zeit erst das andere Video aufgenommen. Und jetzt sehen wir hier schon, wie es sind mehr Jobs dazugekommen. Jeder will momentan Informatik haben. Und sich dadurch zu quälen sozusagen für euch durch die ganzen Anbieter, durch die ganzen Unternehmen, ist vielleicht schon echt anstrengend. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, dass ihr einfach euer Profil bei GetInIT ausfüllt. Dort quasi angeht, was ihr alles könnt. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Und hier unten haben wir zum Beispiel jetzt mal den Apache-Webserv eingetragen. Nach dem Video würde ich sagen, können wir den mindestens auf drei setzen. Wobei wir mit Apache gar nichts gemacht haben. Aber nicht so wichtig. Und dann könnt ihr hier natürlich noch eure Sprachen eingeben, eure Perspektiven, Studium, Ausbildung, Praxiserfahrung, Lebenslauf, Links und so weiter und so fort. Und wenn ihr das komplett ausgefüllt habt, dann müsst ihr nicht mehr auf die Jobhunting-Suche gehen, sondern die Leute kommen zu euch. Das heißt, die ganzen Firmen bewerben sich dann bei euch und ihr könnt gucken, interessiert mich das? Und vor allem die Firmen können auch schon mal im Vorfeld gucken, ey, der macht eher viel mit IT-Security. Hier haben wir auch ein bisschen Cloud, ein bisschen App-Development. Hier haben wir noch Python drin. Passt das eigentlich zu mir? Das heißt, das Matching ist sehr viel einfacher. Die Firmen schreiben euch an, weil sie wirklich denken, okay, ihr passt wirklich genau so zu mir als Firma. Und deswegen finde ich das auch immer wieder eine super Sache. Für euch natürlich völlig kostenlos. Bezahlen dürfen das die Arbeitgeber, beziehungsweise die zukünftigen Arbeitgeber. Und ja, auf jeden Fall mal, wie sagt man so schön, worth checking out. Also in dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.